Wenn wir uns über Themen wie Mastodon und das Feddyverse unterhalten, fällt garantiert immer ganz schnell so ein Schlagwort wie Datensouveränität. Aber was heißt das eigentlich konkret? Also genauer, ich als einzelner Benutzer, Benutzerin des Feddyverse, wie viel Kontrolle habe ich über meine Daten, was unter meinem Namen, mit meinem Namen geschieht und was für ein Deal ist das möglicherweise zwischen mir und der Instanz, die ich benutze? Darauf wollen wir ein bisschen näher eingehen, das genauer anschauen in dieser fünften Folge von Das Mastodon im Porzellanladen, Feddyverse und Wissenschaft. TIB Themencast Das Mastodon im Porzellanladen, Feddyverse und Wissenschaft mit Lambert Teller Wir sind mittlerweile bei der fünften Folge von Das Mastodon im Porzellanladen Und vielleicht erinnern sich manche von euch noch an Folge 2. Damals hatten wir in einem Teil der Folge vorgestellt, was für verschiedene Ansätze es von Institutionen im Bildungs- und im Wissenschaftsbereich gibt, jetzt zu Playern zu werden, in die Verantwortung zu gehen und etwas zu tun. Zum Beispiel mit dem Aufsetzen einer eigenen Mastodon-Instanz für die eigenen Leutchen, sei es jetzt zum Beispiel die Mitarbeiterin einer Forschungseinrichtung oder Studierende oder was immer. Das scheint mir oder schien mir ein wichtiger Gesichtspunkt zu sein, weil wir im Moment noch in einem Stadium sind oder es bis 2022 waren, wo das Feddyverse gewachsen ist und erste Normen entstanden sind, auf eine ganz interessante und teilweise super sympathische Art durch die Initiative von Einzelnen. Es war von vielen privaten Initiativen getragen, wenn man heute Mastodon liest, stolpert man immer wieder über Aufrufe, zum Beispiel die AdministratorInnen der eigenen Instanz bei ihrer Arbeit zu unterstützen, vielleicht auch zu spenden. Aber das verweist auch darauf, wie sehr das ein bisschen auf tönernden Füßen bisher ist, so sehr man eigentlich dankbar sein muss über diese frühe Phase und die Entstehung von bestimmten Normen, Diskussionen, die überhaupt erst mal geführt worden sind, die dann wiederum auch auf die Weiterentwicklung der Protokolle der Software eingewirkt haben. So gut ist es zugleich auch jetzt, seit eben dem Winter 2022, 2023 zu beobachten, dass eben institutioneller Player in die Verantwortung gehen. Das ist wie so ein, ich möchte es mal sagen, evolutionärer Schritt, den diese ganze Richtung macht, mit diesen dezentralen, föderierten Protokollen für Kurznachrichtendienste, aber auch für andere soziale Interaktionen im Web. Ein Beispiel, was ich dort genannt hatte, darauf möchte ich jetzt noch mal konkreter zurückkommen, und zwar das Beispiel von SURF und den niederländischen Universitäten. Die hatten angekündigt, dass sie noch in diesem ersten Halbjahr 2023 ein Experiment starten, was sich über das Jahr 2023 erstrecken wird und was darin besteht, dass sie institutionell mit einer eigenen Instanz für Mastodon allen Studierenden und MitarbeiterInnen von Hochschulen in den Niederlanden Mastodon anbieten werden. Einfach um Erfahrung zu sammeln, zu gucken, wie das angewendet wird und dann gegebenenfalls an der Stelle weiterzuarbeiten, das Angebot entweder auszubauen oder zu verändern, wie auch immer. Jetzt komme ich darauf zurück, weil es im Thediverse Report, wir werden das wie vieles andere natürlich verlinken in den Shownotes zu dieser Folge, ihr werdet das da sehen, es ein ganz interessantes Interview gab mit dem Macher dieses Programms von SURF. Und der hat ein bisschen einen Einblick gewährt, wie die das konfigurieren, wie das aussehen wird. So, an dieser Stelle setze ich an und es stellt sich also raus, die Überlegung ist, um sozusagen das Sample für das Experiment zu vergrößern, also möglichst viele reinzubekommen in das Experiment, wollen die, die Schwelle daran teilzunehmen, so stark wie möglich senken. Und was machen die? Die machen Folgendes, die haben ein institutionelles Authentifizierungssystem niederlandeweit. Was sie hier nutzen, dergestalt, dass ich mit meinem institutionellen Account, den ich ohnehin habe, mir mit einem Klick einen Account auf dieser Mastodon-Instanz anlegen kann. Und das für sich genommen ist eine sehr interessante Entscheidung, die man mal im Kopf behalten muss. Also wir haben bisher von Playern aus dem Umfeld, würde ich mal sagen, von Forschungseinrichtungen in Deutschland Ansätze erlebt, wo die eine Mastodon-Instanz aufgezogen haben, wo es mehr so war, dass man auf Zuruf erfahren hat, aha, gut, da stecken Institution X oder MitarbeiterInnen von Institution Y dahinter. Ab jetzt geht es so weiter, wie als wenn ich auf irgendeiner privaten Mastodon-Instanz wäre. Vielleicht ist es sogar betrieben auf einem IT-Dienstleister oder so. Ist alles schön gut, hat alles seine Bedeutung gehabt, ja. Und die gehen jetzt aber einen Schritt weiter. Die sagen, wir lassen das auf unserer Infrastruktur laufen und wir integrieren es mit der Authentifizierung, mit dem Identitätsmanagement, das wir an unseren Institutionen haben. So, das fällt erst mal auf. Und jetzt die Ausgestaltung, politische Ausgestaltung dieses Identitätsmanagements wird nochmal besonders spannend. In dem Interview wird klar, dass ich als Nutzerin dieser Mastodon-Instanz werde entscheiden können, ob ich die unter meinem eigenen Namen benutze. benutze, ja. Das ist ja so eine Art Namenspolitik, die auch viele interessante Implikationen hat. Oder ob ich ein Pseudonym frei wähle. Superspannende Sache. Also ganz kleine Rückblende, nur mal so andeutungsweise. Ich will es nicht vertiefen. Aber in Social Media war es vor einiger Zeit eine Sache, dass Player wie Facebook oder so kamen und versucht haben, bis zu einem gewissen Stück ist es ihnen auch gelungen, so eine Art Klarnamenspolitik durchzusetzen. Und es wurde so eine Art, das ist fast so eine politische Weltanschauung, so eine Sache ausgegeben, wenn ich Social Media verantwortungsvoll benutze, mache ich das als eine ganze Person und lasse alles, meine privaten, meine beruflichen Aspekte als eine zusammenhängende Sache erkennen, was aus ganz vielen Gründen eine super problematische Annahme ist. Also ich will es mal dabei belassen. Und die Niederlande gehen also in ihr Experiment rein mit der genau gegenteiligen Prämisse und sagen, an dieser Stelle überlassen wir das den Einzelnen, wie sie das denn machen. Das muss ganz einfach sein, teilzunehmen, aber ab da ist es dann deren Freiheit. Interessante Unterabteilungen dann, das wird dann auch schon klar in diesem Fediverse Report, noch so als letzte Anmerkung dazu, in dem Interview von Fediverse Report, ist, dass es auch Gruppenaccounts geben kann. Die muss es auch geben. Jeder, der in so einem akademischen Umfeld arbeitet, kennt das. Oder es ist überhaupt in jeder Organisation natürlich so. Wenn ich jetzt zum Beispiel für die gesamte Universität X spreche, dann möchte ich einen Account haben, auf den also zum Beispiel sowohl VertreterInnen der Pressestelle der Uni als auch vielleicht jemand aus dem Präsidialstab schreiben, draufzugreifen kann, um mal ein Beispiel zu nennen. Und eine Diskussion, die jetzt dort noch geführt wird, die noch offen ist, die aber ganz interessant ist, auch wieder von den Implikationen her ist, was macht man eigentlich mit Alumni? Also, wir haben die außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie uns hier, TIB, Leibniz-Einrichtungen, wo ein wissenschaftlicher Nachwuchs ausgebildet wird. Wir haben Universitäten, Hochschulen, wo ganz, ganz viele Studierende die ganze Zeit durchgeschleust werden. Und die interessante Frage ist ja, macht man sich das nicht vielleicht zunutze, indem Leute, die einmal eine Zugehörigkeit hatten zu so einer Einrichtung, dann dauerhaft als Alumni von so einem Service profitieren. Es ist ungelöst, aber wir müssen natürlich in Erinnerung behalten, gerade weil Mastodon jetzt speziell, um mal diesen Fediverse-Dienst mal rauszugreifen, dieses interessante Merkmal hat, dass ich meinen Account sehr mühelos von Instanz A nach Instanz B umziehen kann, ja, das ist ja Teil des Konzepts, ist allein dieses Onboarding für sich betrachtet ganz, ganz wichtig. Selbst wenn ich es nicht schaffe, den Service ganz langfristig und noch einschließlich von Alumni und so weiter auf die Beine zu stellen, habe ich sozusagen für diesen Ansatz von einer dezentralen sozialen Vernetzung was getan, indem ich den Leuten es erleichtert habe, am Anfang einmal das Onboarding auf eine Instanz zu machen. Das heißt, die Leute werden die Möglichkeit haben, wenn sie auf der Instanz von Surf eine Zeit lang die Sache kennengelernt haben, vielleicht den Geschmack daran gefunden haben, umzuziehen mit ihrem Social Graph, also ohne, dass sie irgendwas verlieren an FollowerInnen oder so, auf eine andere Instanz. Das ist ja sowieso Teil von Mastodon, ja. Das muss man noch dabei im Hinterkopf haben. Und auch das ist ein Aspekt eben dieser Frage, wie souverän bewege ich mich da eigentlich? Wie weit geht das? Zurückgreifend auf die Folge 2 möchte ich noch ein anderes Beispiel einführen zu diesem Thema, nämlich den experimentellen Dienst NOSTR. N-O-S-T-R. Auch dazu gibt es natürlich einen Link in den Shownotes. NOSTR versucht sozusagen seit 2022 fast schon so etwas wie die nächste Generation von den Protokollen dieser Art, also einer dezentralen sozialen Vernetzung zu sein. Und die Besonderheit bei NOSTR ist der Verzicht auf diese vermittelnden Instanzen, die ja bei Mastodon im Jargon auch tatsächlich Instanzen heißen, ja, also die Server, die in eigener Verantwortung von Admins betrieben werden, Leute auf die Instanz drauflassen oder nicht, und es sozusagen noch dezentraler anzugehen. Also jeder Teilnehmende wird bei NOSTR zu einem sogenannten Relay. Ja, diese grundsätzliche Idee ist nicht ganz neu, muss man dazu sagen, aber es ist ganz interessant mal zu beobachten, wie die vielleicht auch von Mastodon und anderen Fediverse-Ansätzen lernen, wie die das aufgreifen und was die da machen. Bei denen ist diese radikalere Dezentralisierung, nenne ich es mal, arbeitet mit einem ganz eleganten kleinen Trick, nämlich die Arbeiten mit dem Web Key Directory, WKD. Und das ist ein Ansatz, den die alten GNUPEC und PGP-Häsinnen und Hasen in unserer Hörerenschaft vielleicht schon kennen. Bis vor ein paar Jahren war es so, dass ich in diesem offenen Web of Trust von solchen Ansätzen wie GNUPEC immer die Annahme hatte, ich habe meine Schlüssel, mit denen ich mit jemandem verschlüsselt kommunizieren kann und gebe demjenigen oder derjenigen meine Schlüssel. Aber wenn das Ding skalieren soll, brauche ich natürlich einen Mechanismus, wie ich meinen Schlüssel auch an wildfremde Leute verbreiten kann und die einigermaßen sicher herausfinden können, ob die Schlüssel, über die sie dann mit mir in die Kommunikation kommen, wirklich meiner ist. Und nachdem diese ganze PGP-Welt jahrzehntelang mit Schlüsselservern gearbeitet hatte, hatten sich bestimmte Probleme bei diesem Ansatz gezeigt. Will ich gar nicht im Detail darauf eingehen, auf Datenschutzebene, auch auf der Ebene, dass es zunehmend schwer wurde, Fälschungsversuche zu vermeiden und Distributed Denial-of-Service-Attacken und solche Sachen. Irgendwann ist man dann erst vor wenigen Jahren auf die Idee mit diesem WKD gekommen. Und da ist der Gedanke der, wenn ich eine eigene Website habe unter eigener Domain, dann benutze ich meinen Benutzernamen at dieser Domain und auf der Domain auf einem Pfad, den das Protokoll festlegt, findet jeder und jede, die es will, meine Schlüssel. Also meine Domain, meine Schlüssel. Und dann analog dazu bei bestimmten Privacy-freundlichen zum Beispiel E-Mail-Dienste-Anbietern wie Mailbox.org oder Posteo.de. Die Privacy-interessierten Hörerinnen und Hörer werden es vielleicht wissen aus der Privacy-Lecture, die Christian Imhorst hier im TIB-Kontext mal gehalten hat. Link kommt in den Shownotes. Die bieten das als Service an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht dazu in der Lage bin oder willens, eine eigene Website mit einer eigenen Domain zu betreiben, was unter uns gesagt ja meistens dann doch eher was für die Nerds ist, dann kann man dort also die eigenen Schlüssel festpinnen an einem Pfad über die Mail-Adresse, die man hat bei Mailbox.org oder Posteo.de. Das kann man bei denen also auch machen. Und jetzt werden sich einige von euch vielleicht fragen, warum erzählt ihr da eigentlich gerade die ganze Zeit von E-Mail-Verschlüsselung? Wir waren doch eigentlich jetzt gekommen von sozialen Netzwerken und Mastodon. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Der Witz ist folgender. Wenn ich sage, passt auf, ihr könnt mich hier ansprechen und jeder weitere Teilnehmer des Netzwerks ist ein Relay, über den vermittelt mich eure Nachricht findet. Ja, also jeder ist mit jedem vernetzt. Dann muss dies natürlich sowieso verschlüsselt geschehen, die Kommunikation, weil sonst könnte jeder in diese Mails, die dann zwischen den Relays ausgetauscht werden, ja reingucken. Ja, und sozusagen das Grundelement, der stabile Endpunkt, von dem ich ausgehe, ist tatsächlich ein Schlüssel, den ich kreiere. Und ich setze darauf, dass mich die Nachricht erreicht, adressiert an den Schlüssel von mir. Und wenn das alles ziemlich wild klingt und experimentell, dann deshalb, weil es das ist. Also ich lade euch herzlich ein, guckt euch NOSTA an, richtet euch mal eine Identität da ein. Es macht Spaß, aber es fühlt sich so an, wie vielleicht so vor zehn Jahren, als es losging mit Gnu Social und ähnlichen Diensten, die ja die Vorläufer waren von dem, was dann Mastodon wurde. Ja, also das ist mehr so, mehr noch auf so einer Spielzeugebene. Aber ich möchte nur hervorheben, dass der Gedanke, da nochmal neue Ansätze zu finden, auch kryptografische Ansätze, die sich schon gut etabliert haben, um eine gewisse Dezentralität im Identitätsmanagement, nenne ich es jetzt mal, abzubilden, dass das doch ganz pfiffig und ganz gut ist. Das ist natürlich jetzt sozusagen mal von der ganz anderen Seite her aufgerollt. Also wir hatten immer bisher die Prämisse, es ist eine gute Sache, es ist wichtig, dass institutionelle Player ins Spiel kommen und anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt sind wir gerade mit unserem Gedanken dabei, was ist, wenn wir die Dezentralisierung auf die Spitze treiben und jede und jeder sozusagen seine eigenen Kommunikationskanäle komplett unter Kontrolle hat. Und vielleicht gibt es tatsächlich irgendwo so eine allmähliche Bewegung in die zweite Richtung. So oder so, wenn ich mit solchen Dezentralisierungsansätzen spiele, ist es eben super interessant, auf etablierte, robuste Elemente, die ich schon habe, wie zum Beispiel WKD, zu setzen und zu gucken, wie kann ich das in einem neuen Anwendungsbereich nachnutzen oder dann mit Leben füllen. Das ist auf jeden Fall interessant. Wenn wir über diese Themen sprechen, kommt ganz schnell das Stichwort Datensouveränität auf. Und Akteure wie zum Beispiel der Rat für Informationsinfrastrukturen, auf den wir mal in einer Shownote in einer vergangenen Folge auch verwiesen hatten, benutzen solche Begriffe sehr stark. Und hier muss man natürlich sehr genau aufpassen, von wessen Souveränität reden wir hier genau. Wenn wir sagen, die Informationsversorgung eines Wissenschaftssystems, wie zum Beispiel in Deutschland soll souverän sein oder so etwas, dann meinen wir letzten Endes ja den Nationalstaat und dessen Souveränität. Was man damit auch meinen kann, aber das ist dann was ganz anderes und man kommt dann auch zu anderen Schlüssen, ist natürlich die Souveränität der Einzelnen. Und ich möchte an dieser Stelle nur warnend einfach daran erinnern, dass wir, das ist so der kleine Winkegruß aus der realen Welt in diesem manchmal etwas abstrakt anmutenden Thema, was wir hier besprechen, dass wir jetzt ganz aktuell wieder die Diskussion haben über Chat-Kontrolle. Die ist den Nationalstaaten, die auf der einen Seite sich natürlich gerne als Hüterinnen und Hüter der Informationsfreiheit, des freien Informationszugangs darstellen, denn doch erlauben würde, wenn das so umgesetzt wird, wie einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier das wollen, dass recht pauschal in Chat-Systemen mitgelauscht werden kann. Das erinnert uns daran, dass es da immer noch einen Unterschied gibt und wir gut daran tun, da genau zu unterscheiden. Also Datensouveränität ist nicht gleich Datensouveränität. Wir hatten immer so ein bisschen mitlaufen, glaube ich, diese Frage, was passiert jetzt eigentlich mit Mastodon? Also es ist klar, Ende 2022 spürbar geworden, dass ja Mastodon 2016 entstanden, dann in diesem Jahr auf einmal doch so einen Push bekommen hat. Und das ist auf einmal, die Benutzerzahlen doch in den Millionenbereich gegangen sind. Und jetzt ist irgendwie die Frage im Raum gewesen immer, na, wie geht es denn weiter? Ich bin jenseits des Podcasts hier zum Beispiel auch darauf angesprochen worden oder es ist mit mir diskutiert worden, na ja, so ein Punkt wie 100 Millionen Benutzer, darüber wird immer oft diskutiert und Dienste werden in ihrer Verbreitung daran verglichen, wie lange haben die gebraucht, um die 100 Millionen BenutzerInnen zu erreichen. Schneidet im Moment als Rekordinhaber Chat-GPT besonders gut ab. Also Chat-GPT hat es in wenigen Monaten geschafft. Davor war vielleicht sowas wie Instagram oder TikTok. Die haben immerhin noch ein oder zwei Jahre oder so gebraucht. Und dann ist es immer so naheliegend, die Frage zu stellen, na ja, wann 100 Millionen, liebes Mastodon? Und ich warne ein bisschen vor der Frage. Das Ding ist, ich beziehe mich auf etwas, was wir auch hier schon mal hatten, dass natürlich die Vergleichbarkeit von Mastodon als einem Dienst im Feddyverse, die Vergleichbarkeit von einem solchen Kurznachrichtendienst mit Twitter Fluch und Segen zugleich ist. Segen in der Hinsicht, dass wann immer Twitter gerade wieder ein Problem hat, wir an dem Tag tausende von neuen Benutzer-Accounts bei Mastodon sehen. Auf der anderen Seite die Fantasie oft nicht ausreicht, sich das auszumalen, was wir hier relativ ausführlich in diesem Podcast besprochen hatten, nämlich, dass es eben qualitativ neue Möglichkeiten ergibt. Und dass auf der Basis von den Protokollen, die da im Hintergrund arbeiten, ActivityPub, noch ganz andere Sachen denkbar sind als ein Kurznachrichtendienst. Deswegen nenne ich es Fluch und Segen zugleich. Und ich glaube, es wird interessant sein zu beobachten, ob an irgendeinem Punkt die Benutzerzahl von solchen Diensten wie Mastodon sich sozusagen abkoppelt von denen, die wir im Verlauf von Twitter sehen. Im Moment ist das nicht der Fall. Könnte sein. Ich habe keine Kristallkugel. Ich kann es euch auch nicht sagen, ob es mal jemals so sein wird, dass sich das abkoppelt. Wie komme ich jetzt überhaupt auf das Thema? Ich komme drauf, weil es eine Meldung gab jetzt in den letzten Tagen, dass der Anbieter Flipboard, der 2010 gestartet war, mit so einer angenehmen, schönen Leseumgebung, wo man auf einem iPad übersichtlich Social Media aus verschiedenen Kanälen, die man auf verschiedenen Plattformen hat, im Zusammenhang betrachten kann. Und dieses Flipboard, das ist ein solcher Dienst, der hat mehr als 100 Millionen BenutzerInnen monatlich. Und der hat also angekündigt, dass er jetzt sozusagen Mastodon als vollwertigen Dienst ansprechen wird und bei sich integrieren wird. Und das ist nur eine von vielen Nachrichten aus den letzten Wochen und Monaten, wo wir eine ganz interessante Evolutionsstufe sehen, nämlich, dass nicht nur das Ökosystem rund um Systeme wie Mastodon wächst und vielfältiger wird, sondern, und das ist dann wiederum dieser Effekt der Kopplung, Dienste, die bisher in Bezug auf Twitter gearbeitet haben oder traditionelle kommerzielle Social Media Plattformen, auf einmal das Interesse gewinnen an Mastodon und rüber machen. Und auf einmal auf der Seite auch etwas anbieten oder nur etwas anbieten, weil es bei Twitter wegen Beschränkungen von dessen API auf einmal nicht mehr geht. Das sind alles Dinge, die man sehr genau im Auge behalten kann als Teil einer vielleicht sich länger hinziehenden, aber doch, denn doch vielleicht stattfindenden Evolution in diesem Bereich. Und damit schließen wir für heute. Ich freue mich schon auf die vorletzte Folge, die sechste Folge in zwei Wochen. Bis dahin, hinterlasst uns einen Kommentar im TIB-Blog und viel Spaß. Bis dann.